Die letzten Reserven Um Mitternacht rückt das Bataillon in eine Riegelstellung ein. Wir sollen den Morgen in der Früh erwarteten Großangriff abfangen oder wenigstens aufhalten, bis frische Truppen heran sind. Als letzte Reserve werden wir heute in den Kampf geworfen. Wie eine gewaltige lebende Schlange zieht die Kompanie durch die Nacht. Auf einer mächtigen Holzbrücke, einem noch unversehrten Glanzstück unserer Pioniere, überschreiten wir in schwindelnder Höhe die Memel. Tief unter uns, zwischen Hängen eingebettet, rauscht der kleine Bach der Wolga zu. Dumpf dröhnen unsere Schritte auf der Brücke. Rechts und links greifen gewaltige Qualm und Feuersäulen in die jetzt so unheimliche Stille der Nacht. Selbst das Knarren der Kaffeemühlen ist plötzlich erstorben. Vorsichtig, öfter ausrutschend an dem steilen Hang steigen wir in das enge Tal der Mebel hinab. Die Talsohle ist von Granaten völlig aufgewühlt und zerstampft. Eine Kraterlandschaft ohnegleichen. Dort steht kein Baum mehr, kein Stein mehr auf dem anderen. Dazwischen verbogene Stahlreste und Fetzen von Wurzelwerk. Man kann buchschüblich keinen Schritt mehr gehen ohne in den Abgrund eines Trichters zu versinken. Es ist ein Bild des Wahnsinns. Uns packt das Grauen. Wir ahnen, was uns hier erwartet. Der helle Schein der ringsum brennenden Häuser, die geheimnisvollen Schatten, das undurchdringliche Dunkel der Nacht, das Vorwärtstasten in dieser Kraterlandschaft. All das lässt das Bild des Grauens noch unheimlicher erscheinen. Aus dem Tal heraus keuchen wir einen Steilhang hinauf. Auf einer das ganze Bachtal beherrschenden Höhe soll unsere Gruppe in Stellung gehen und das Tal nach Westen gegen die vom Stadtwald her eingebrochenen Bolschewisten abriegeln. Es ist jetzt hier stockdunkel. Haben wir uns verlaufen? Wir wissen nicht mehr wo wir sind. Wo steckt der Russe? Niemand weiß es genau. Doch von dort aus tief unter uns gibt nur das Rauschen des Baches Antwort und sagt uns nur, dass wir nicht allzu weit von unserem Ziel entfernt sind. Auf der Höhe finden wir noch nichts vor. Nur Granat-Trichter neben Granat-Trichter und dazwischen ragen wie Gespenster die Trümmer unzähliger Häuser empor. Hier sollen wir in Stellung gehen. Morgen bei Tagesgrauen werden wir hier den schwersten Kalibern feindlicher Artillerie deckungslos ausgesetzt sein. Jetzt heißt es handeln. Mit einem Kameraden zusammen haste ich wieder den alten Weg durch die Kraterlandschaft zurück. Das Geschwür am Unterschenkel schmerzt auf einmal. Rumpelnd laufe ich weiter. Unten in den Wolgabänken finden wir was wir suchen. Mit Spaten, Schippen und Hacken bewaffnet eilen wir wieder nach vorn. Jede Minute ist kostbar. Die Nacht muss ausgenutzt werden. Bis zum Morgengrauen arbeiten wir unter Aufbietung aller Kräfte. In Strömen läuft uns der Schweiß vom Gesicht, obwohl die Nächte doch schon kühl sind. Noch 14 Tage später erinnern mich große Blasen an beiden Händen an diese Nacht. So hart haben wir gearbeitet. Schon dämmert der Morgen. Im Osten, dort wo der Feind steht, kündigt sich der junge Tag an. Er findet uns gewappnet. Zwar ist nicht alles fertig geworden wie wir wollten, aber das meiste wurde doch geschafft. Zufrieden werfen wir Spaten, Schippen und Hacken beiseite und verschwinden in der Tiefe unserer Bunker. Einer steht wache, wir anderen wollen schlafen. Eine MG Stellung mit einem langen Laufgraben und einem großen Bunker mit zwei Balkenlagen, das in einen Granatrichter hineingebaut haben fünf Mann in wenigen Stunden aus dem nichts geschaffen. Der erwartete Angriff bleibt aus. Dafür krachen den ganzen Tag über rings um uns die Einschläge der schwersten Kaliber hinein. Zur Ruhe kommen wir jetzt also auch nicht. Müde, aber doch wach. Frierend zitternd vor Angst und Kälte hocken wir in unserem ausgebauten Trichter. Am Nachmittag ebbt das Feuer langsam ab. Am gegenüberliegenden Hang beim zweiten Zug wird es lebendig. Ganze Gruppen springen auf und huschen von Trichter zu Trichter zu uns herüber. Ein Melder springt zu uns in den Bunker. Fertigmachen! Das Bataillon stellt sich bis 15 Uhr längs der Straße. Die Zucke Haserne führt zum Angriff bereit. Erste und zweite Kompanie rechts, dritte Kompanie links. Um 15.30 Uhr greift das Bataillon mit Unterstützung von soeben eingetroffenen Sturmgeschützen der Regimenter Großdeutschland den am Stadtwald in unsere Stellung eingebrochenen Gegner an. Alle bisherigen Gegenangriffe waren erfolglos. Dem Gegner stehen starke Panzereinheiten zur Verfügung. Mit vollem Sturmgepeck aus unserem Bunker von Trichter zu Trichter zur Straße hinüber. Geduckt und voller Erwartungen lehnen wir an den Trümmern eines Hauses. In einer Pfütze wälze ich meinen Stahlhelm. Hat er eigentlich noch Zweck? Nicht jede Stunde ist wie diese bitter und klein. Das Herz schlägt und pocht. Brennend verlangt das eigene Herz tausend Antworten. Drei, vier Einschläge nach drei, vier Abschüssen, die Minuten sind ohne Ende, sie sind Ewigkeiten. Es sind die bangen Minuten vor dem Sturm, die Gedanken sind plötzlich nicht mehr frei umhirrend, langsam auftauchend und wieder absinkend ziehen sie vorbei. Doch bald nimmt der nahe Angriff, der Sturm auf die Gräben da drüben, die Gedanken wieder für sich in Anspruch. Drei, vier Abschüsse, langsam und zögernd beginnt die deutsche Artillerie ihr Trommelfeuer. Trommelfeuer? Klingt das nicht wie Hohen gegen eine russische Stahlwalze? Schon jetzt wissen wir, dass dieser Angriff, dieser Kampf heute der einzelnen Menschen gegen die wilde Masse nicht siegreich sein kann. Auf Marsch! Aus den Trichtern erheben sich graue Gestalten und stürzen vorwärts. Zuerst hämmern nur einige MGs, doch dann bricht die Hölle plötzlich los. Vorwärts! Vorwärts! Unser Artillerie schweigt bereits, sie hat sich schon verschossen und keine Munition mehr. Der erste Graben ist erreicht. Es ist die deutsche Hauptkampflinie. Überall liegen hier Tote herum. An der einen Stelle war es wohl ein Volltreffer einer Stalinorgel. Die ehemals tiefen Gräben sind fast zugeschüttet. Wenige Minuten bleiben wir hier liegen. Während die schweren Brocken der Granatwerfer ständig um uns herum krepieren. Aufgerissene Erde, Fontänen aus Eisen und Lehm spritzen über uns hinweg. Auf Marsch! Und der Offizier Grünewald springt auf. Nur wenige folgen ihm. Im Getöse der Granaten und Kichern der MGs bleibt der Angriff stecken. Selbst die verspätet eingetroffenen Sturmgeschütze können uns nicht mehr vorwärts helfen. Aus einem Schlag schon die Flammen und lange Rauchwolken ziehen hinter ihm her. Abgeschlagen! Ich denke an so manchen siegreichen Angriff daheim auf dem Übungsplatz. Damals gewannen wir an jeden Morgen den Krieg. Die Kompanien sammeln sich in dem etwa 300 Meter hinter uns liegenden Graben. Ich bin mit Unteroffizier Grünewald zu weit vorgekommen. Wir können nicht mehr zurück. Sobald sich jemand von uns am Trichterrand zeigt pfeifen ihm Geschosse aus russischen Gewehren um die Ohren. Wenige Meter von uns entfernt liegen einige vorgeschobene Scharfschützen. Hinter uns schreit plötzlich jemand auf. Ufts Berdenburg ist schwer verwundet. Von allen Seiten klingt jetzt zu uns das Stöhnen und Schreien der Verwundeten herüber. Ein Stahlhelm den wir auf den Trichterrand legen ist bald wie ein Sieb durchlöchert. Zu dreien hocken wir in einem frischen, von einer Granate aufgewühlten Trichter. Wir kauern fast am Boden. Der Körper ist fest ans Erdreich gepresst. Die Finger umklammern den Stiel einer Handgranate. Die Erde bebt, wieder gählen die Schreie. Der Kopf dröhnt vom Einschlag der Geschosse und im Hals wirkt ein stickender Qualm. Surrend streichen die Geschosse russische Gewehre über den Granattrichter und schlagen explodierend in die rückwärtige Trichterwand. Wenn jetzt der Iwan kommt sind wir verloren. Raus können wir bei Tageslicht aus diesem Trichter nicht mehr. Erst in der Dämmerung nach langen bangen Stunden des Wartens springe ich aus dem Trichter heraus. Niemand hat mich bemerkt. Vorsichtig gleite ich zurück. In den Gräben geht alles drunter und drüber. Pioniere, Kavallerie, Regiment Groß Deutschland und Infanterie alles liegt durcheinander. Erst um Mitternacht finde ich zur Kompanie zurück. Von unserer Gruppe ist nur mehr Unteroffizier Grünewald übrig geblieben. Die anderen Einheiten verschwinden bald aus dem Graben, werden nach hinten herausgezogen. Wegen der hohen Verluste muss die Kompanie neu eingeteilt werden. Ja die Verluste dieser Tage sind gewaltig, fast unglaublich. Wieder ist die Nacht erfüllt vom Knarren der Kaffeemühlen, vom Krachen der Bomben und Schreien und Stöhnen der Verwundeten. Ein übler Geruch aus dem Niemandslande bringt uns Kunde von den Leichenhaufen die dort liegen. Kameraden tragen einen Verwundeten vorbei. Es ist Unteroffizier Bertheburg. Ein Explosivgeschoss hat ihm die Schädeldecke aufgerissen. Leblos, nur noch etwas röchelnd, liegt er zusammengesunken in einer Zeltbahn. In den Gräben liegen überall Tote herum. Wir werfen die Leichen irgendwo auf die Deckung, denn zurückschaffen können wir sie nicht. Vor einem kleinen Bunkereingang lehne ich an der Grabenwand. Wasserbehälter, Turnister, alte Funkgeräte, Draht und Kabelrollen liegen überall herum. Wir richten uns in dem verlassenen Bunker der Telefonvermittlung des Regiments häuslich ein. Es ist mit 5 Balkenlagen ein kleiner aber festgebauter Bunker in dem wir jetzt zu viert hausen. Sogar Pritschen auf denen es sich sicherlich herrlich schlafen lässt finden wir hier vor. Vergeblich suchen die Augen das Dunkel zu durchdringen. Während ich hinüber zum Feind schaue klingt das Quirren der Spaten an mein Ohr. Irgendwo rechts und links von mir schanzen die Kameraden an den zerschossenen Gräben. Essenholer hasten vorbei. Doch als sie zurückkommen sind ihre Kochgeschirre leer. Die Küchen sind nicht durchgekommen. Einzelne Schüsse peitschen durch die Nacht. Krachend detonieren irgendwo Handgranaten und von fern klingt ein schrilles Uräh zu uns herüber. Ich greife zu der Leuchtpistole. Zischend fährt die weiße Rauchbahn in die Nacht und mit leisem Knacken wird oben die weiße strahlende leuchtende Kugel geboren die sich langsam zum Fallen neigt. Vor unserer Stellung bleibt es ruhig. Doch rechts und links hinter uns hämmern jetzt Maschinengewehre und rote Leuchtkugeln gehen hoch. Wieder fallen Schüsse und das Detonieren ganzer Serien schwerer Wurfgranaten poltert wie ein Gewitter durch das weite nächtliche Land. Krachend, laut, gemein, herausfordernd. Dann ist plötzlich wieder Ruhe. Ist der Russe durchgebrochen? Sind wir schon abgeschnitten? Alle sind wir jetzt wach und starren mit müden Augen in die Nacht. Verbindung nach rechts und links haben wir schon längst nicht mehr. Jeden Augenblick kann Ivan in unserem Rücken auftauchen. Verkleblich suchen die Augen der Finsternis irgendein Geheimnis abzuringen. Zweifel und Fragen lasten auf uns und die stille Ungewissheit reißt bald noch mehr an unseren Nerven als das Toben der Schlacht. Unsere Gesichter sind alt, hart und grau geworden. Wie schwere Schatten liegen auf unseren Zügen die Spuren der schweren Strapazen, der Schlaflosigkeit, der unablässigen Gefahr, der gespannten Erwartung und des immer wieder aufflackernden Kampfes. Wir warten auf den Tag, wir freuen uns drauf, denn er bringt uns Erlösung aus der quälenden Ungewissheit. Doch kaum haben die hellen Strahlen der Septembersonne das verschwommene Grau der Dämmerung durchbrochen, da sehnen wir uns schon wieder das alles verhüllende Dunkel der Nacht herbei. Bei Tagesanbruch greift der Russe wieder an. Kampfbereit mit vollem Sturmgepäck stehen wir in unseren Gräben. Fest umkrallen die Finger den Stiel der Handgranate. Werden wir die Stellung halten können? Noch ist es nicht ganz hell, noch kann man keine Einzelheiten im Gelände erkennen. Das ist die Zeit der Angriffe, die kritische halbe Stunde der beginnenden Dämmerung. Rechts und links von uns zischen rote Leuchtkugeln auf. Das Hämmern der Maschinengewehre und das Krachen der Handgranaten klingt bis zu uns herüber. Von fern hören wir das Malen der Ketten der Russischen Panzer. Nun wird es an der ganzen Front lebendig. Vor uns tauchen aus der undurchdringlichen Wand von Dunkelheit und Bodennebel plötzlich die Angriffswellen der Gegner auf. Unaufhörlich springen die erdbraunen Gruppen von Trichter zu Trichter gegen unsere Front vor. Dazwischen hämmern wieder unsere Maschinengewehre, krachen die Handgranaten. Plötzlich schlagen kurz vor uns die Flammen eines mittleren russischen Flammenwerfers ein. Doch bevor er noch näher herankommen kann zwingt ihn unser Feuer in Deckung. Ich lege an, doch ich verfehle ihn. Nochmals springt er auf, doch diesmal läuft er rückwärts. Ich bekomme das Schloss meines halb eingerosteten Gewehres nicht auf, sonst hätte ich ihn wohl erledigt. Bis ich am Mg bin ist er schon in einem fast noch 15 Meter von uns entfernt liegenden Trichter verschwunden. Wir vier richten nun unser gemeinsames Feuer auf die begleitende Infanterie, deren Angriff bald stecken bleibt. Einzeln huschen die rotbraunen Gestalten wieder zurück. Den Trichter vor uns, in dem der Flammenwerfer sein muss, beobachte ich weiter. Schussbereit am Mg stehend. Drei, vier Eier Handgranaten werfe ich in diesen Trichter, aber nichts bewegt sich. Nochmals werfen wir Handgranaten in diesen Trichter. Jetzt muss der Flammenwerfer erledigt sein. Jetzt kommen wir noch einmal zur Ruhe und nun sehen wir auch wie rechts von uns an uns vorbei russische Panzer rollen. Es wird jetzt ruhig. Während wir ständig nach rechts beobachten, bleiben wir ständig gut in Deckung. Der Russe hat die Lage noch nicht übersehen und uns auch noch nicht entdeckt. Eine schöne Bescherung. Was soll daraus noch werden? Wenn nicht ein deutscher Gegenangriff kommt, muss mit der Zeit der Ivan uns völlig abschneiden. Worauf warten wir? Darauf, dass man uns vielleicht findet und dann nach kurzem Kampf mit der Übermacht erledigt? Einige haben schon die Handgranate ausgesucht, die sie in ein besseres Jenseits befördern soll, wenn uns die russische Übermacht entdeckt. Doch keiner spricht von seinem wahren Gedanken. Mit unheimlicher Schwere lastet das Schicksal auf uns. Das Wort ist uns im Mund erstorben. Das Wort ist uns im Mund erstorben.